Ein Applaus für beide Mannschaften, dem Tussleider und Viktoria Schaffenhurt. Tussleider mit Rheinfurt Jonas. Sebastian Tolga, am Boden liegt da, Vulkan Tanscha, Sven Bolze, Jens Friedrich, die 14 direkt, Philipp Schwerde, die 15, Christopher Barton, wieder Nummer 6, Philipp Seitz, die 20, Luis Braun, die 21, Leon Sauer, Nummer 27, Lian Drasul, herzlich willkommen im Finale, Gis Laria! In der rechten Läge der Nr. 26, William Herbert, die Nr. 20, Rashid El-Mazurdi, die Nr. 33, Nikola Sevich, die 4, Luca Ben, Nummer 35, Ruben Fernandes, mit der 34, Alda Naderoso, die 37, Benedikt Mukulmuth, 18, Kai Philippa, und 19, Jan Stein! Willkommen im Finale, Sv Victoria Schaffenburg! Willkommen im Finale, mettiv so zusammen die Scheine蔵, So, bitte vorüber gehen, Schläge-Hand Jungs und wir möchten gerne wissen, wo sind die Fans vom TUS Leider. Wo sind die Anleger von Victor-Matter Schaffendurg? Unentschieden. So, TUS Leider mit Anstoß, Victor-Matter Schaffendurg auf der rechten Seite. Wir sind gespannt. 23 bei der Nativen in München und liebe Zuschauer, noch mal Applaus für alle Bayern-Mannschaften. Die Spielzeit beträgt zweimal 15 Minuten. Spaß, 10 Minuten. Nach dem Hitspiel erfolgt sofort die Siegerehrung für die ersten fünf Platzierenden. Nach dem Hitspiel erfolgt die Siegerehrung für die ersten fünf Platzierenden von den Nativen. Spicy tea, 3 Minuten. Häuser! Ja, Eu være! Fahr XP! Wie hat die Schaffendurg ist? Ja. Dieiatorschung ist das Retraschenden dualen alsändiero. Vertraue Partei. Viggolda Schoffenburg mit 1-0 Führung, Torschütze, die Nummer 5 und da, die Ruhungböden, Bernandes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020